Liebe Zuschauer, willkommen zu einem neuen Ankündigungsvideo zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise. In knapp drei Wochen wird es soweit sein. Am 6. September 2022 erscheint Transim World 3. Wir wollen die Zwischenzeit nutzen und uns die neuen Inhalte und Features für Transim World 3 in den nächsten drei Wochen genauer anschauen. Ein neuer Inhalt ist die deutsche Strecke von Kassel nach Würzburg. Dieser ist Bestandteil von Transim World 3. Die Strecke ist die bis dahin längste Strecke, die es jemals für Transim World gegeben hat. Die Strecke hat eine stolze Länge von 186 Kilometern. Es handelt sich hierbei um die Neubaustrecke bzw. Schnellfahrstrecke von Kassel über Fulda nach Würzburg. Diese Strecke wurde in den 1970er Jahren geplant und in den 1980er Jahren gebaut. Die Strecke ist ein Teil der Schnellfahrstrecke Hannover-Würzburg. Die komplette Strecke wurde erst im Jahr 1991 in Betrieb genommen. Teile dieser Strecke, zum Beispiel der südliche Abschnitte zwischen der Landenbacher Kurve und Würzburg, gingen jedoch schon 1988 in Betrieb. Die Strecke dient vor allem dem Hochgeschwindigkeitsverkehr mit dem ICE-Zügen. Es sind aber auch einige Intercity unterwegs und in der Nacht findet auf dieser Strecke sogar Güterverkehr statt. Zusammen mit dieser neuen Strecke wird es auch in Transim World 3 einen neuen Zug geben. Es handelt sich hierbei um die Baureihe 401, auch bekannt als ICE-1. Diesen Zug hat sich die deutsche Transim World Community schon sehr lange gewünscht. Und nun wird er zusammen mit dieser Strecke endlich realisiert werden. Die Fahrzeit auf der kompletten Strecke dauert mit dem ICE nur knappe 60 Minuten, da auf dieser Strecke Höchstgeschwindigkeiten von 250 bis 280 kmh erreicht werden. Eine Fahrt hingegen mit dem Güterzug dauert etwa 90 Minuten, da Güterzüge auf dieser Strecke nur im LZB-Betrieb mit 120 kmh unterwegs sind. Nun wurde auch bekannt, dass es bei dieser Strecke auch die Fahrzeuge Baureihe 442 Talen 2 und die Baureihe 146 mit Doppelstockwagen geben soll. Diese Fahrzeuge sollen sicher auch in den Bahnhöfen Kassel-Wilhelmshöhe, Fulda und Würzburg vor allem dem KI-Verkehr dienen. Auch scheint es wieder übergreifende Fahrplanfahrten zu geben. Das bedeutet, Spielerinnen und Spieler, welche zusätzliche DLCs besitzen, wie beispielsweise das DLC Talen der Rampe Dresden-Chemnitz, werden auch auf der Strecke Kassel-Würzburg die Fahrzeuge aus diesem DLC im Fahrplanmodus sehen. Beispielsweise ist das hier am Bahnhof Würzburg ganz gut demonstriert, da sich hier Fahrzeuge der Baureihe 612 im Abstellbereich dieses Bahnhofes befinden, welche hier auch dargestellt wurden. Das Fahrzeug ist Inhalt der deutschen Strecke Talen der Rampe und nicht bei der deutschen Strecke Kassel-Würzburg dabei. Sind jedoch beide Strecken installiert, so kann man unter anderem auch dieses Fahrzeug sowie viele weitere deutsche Fahrzeuge anderer deutschen Strecken hier beispielsweise im Bahnhof von Würzburg betrachten. Die Strecke ist Teil der Nord-Süd-Trasse in Deutschland und wurde vor allem aus diesem Grund gebaut, um die Altbaustrecke, also von Würzburg über Flieden, Fulda und Schlüchtern zu entlasten. Da diese Strecke in den 1970er Jahren eindeutig überlastet war. Die Strecke hat viele Besonderheiten aufzuweisen. Unter anderem befindet sich auf dem Streckenabschnitt zwischen Würzburg und Fulda der Landdrückentunnel, welcher mit 10,78 Kilometern der längste Tunnel in Deutschland ist. Weiterhin befindet sich an dieser Strecke der Bahnhof Kassel-Willemshöhe. Diese Station wurde aufgrund der geplanten Strecke komplett neu gebaut und im Jahr 1991 mit dem Betrieb auf dieser Strecke eröffnet. Auch fanden an diesem Bahnhof 1991, genau im Mai 1991, die feierliche Eröffnung der ICE-Schnellfahrstrecke und die Einführung des ICE-Betriebs in Deutschland statt. Es trafen sich damals an diesem Bahnhof sechs ICE-1-Züge, die von dort aus dann ihren Betrieb aufnahmen. Die Strecke ist im deutschen Fernverkehr eine der wichtigsten Nord-Süd-Trassen. Insgesamt verkehren hier sechs verschiedene ICE- bzw. IC-Linien. Die ICE-Linie Hamburg-Bremen-Hannover-München nutzt die Schnellfahrstrecke auf kompletter Länge, während andere ICE-Linien wie z.B. Hamburg-Stuttgart bzw. Hamburg-Basel nur Teile der Strecke, z.B. in dem Fall von Hannover bis nach Fulda, nutzen. Gleiches gilt auch für die ICE-Linie von Berlin über Wolfsburg in die Schweiz. Diese nutzt auch nur Teile der Schnellfahrstrecke. Außerdem gibt es auch einige Intercity-Züge, die auf dieser Strecke täglich unterwegs sind. Ein Teil dieser Intercity-Züge können sogar im Fahrplanmodus der Strecke Kassel-Würzburg gefahren werden. Eine Voraussetzung ist dafür der Besitz des DLCs Baureihe 101. Und eine weitere Besonderheit ist, dass auf dieser Schnellfahrstrecke nachts zwischen 23 Uhr und 5 Uhr morgens auch Güterverkehr stattfindet. Dieser dürfte sehr interessant werden. Hierfür gibt es zum einen die passende Lokomotive mit der Trax-Lokomotive Baureihe 185.2. Die Güterzüge verkehren dort in der Regel immer mit einer Doppeltraktion dieser Lokomotiven. Der Güterverkehr unterliegt zwar einigen Einschränkungen, trotzdem darf er im LZB-Betrieb aber Geschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern fahren. Das bedeutet, von einem Ende zum anderen Ende dieser Strecke brauchen Güterzüge dann im Schnitt so um die 90 Minuten, vielleicht sogar etwas länger. Auf der Strecke Kassel-Würzburg befinden sich die Zugsicherungssysteme PZB und LZB. Die LZB ist für diese hohen Geschwindigkeiten eigentlich schon unumgänglich, denn es werden auf der Strecke Geschwindigkeiten von bis zu 280 Stundenkilometern erreicht. Die deutsche Strecke Kassel-Würzburg ist Bestandteil von Transom World 3 und in drei verschiedenen Editionen von Transom World 3 enthalten. Die preiswerteste Edition ist das German Starter Pack. Dies enthält Transom World 3, das neue Trainingscenter und die neue deutsche Strecke von Kassel nach Würzburg inklusive des ICE 1, ICE 3 und für den Güterverkehr die Baureihe 185.2. Diese Starter Edition wird erst zum Release von Transom World 3 am 6. September 2022 verfügbar sein und kostet dann 35,99 Euro. Weiterhin ist diese Strecke auch in der Standard Edition von Transom World 3 enthalten, sowie in der Deluxe Edition von Transom World 3. Die Standard Edition kostet 44,99 Euro. Die Deluxe Edition kostet 54,99 Euro. Beide Editionen können auch jetzt schon beispielsweise auf der Plattform Steam vorbestellt werden. Spielerinnen und Spieler, welche sich für die Deluxe Edition entscheiden, haben außerdem vier Tage vorher Zugriff auf Transom World 3, können also TSW 3 inklusive allen neuen Inhalten bereits ab dem 2. September 2022 spielen. Was ist eure Meinung zur deutschen Strecke Kassel-Würzburg und zu den mitgelieferten Zügen für diese Strecke? Und welche Edition von Transom World 3 werdet ihr euch kaufen? Entscheidet ihr euch für das Startup-Pack, wo beispielsweise nur diese deutsche Strecke dabei ist? Oder entscheidet ihr euch für die Standard- oder Deluxe Edition, gerade weil ihr bei der Deluxe Edition schon vier Tage früher spielen könnt? Schreibt doch mal eure Meinung in die Kommentare. Ich danke euch wieder bis hierhin fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr am nächsten Video wieder mit einer Startzeit habt. Bis da in eine schöne Zeit. Euer Felix der Weise. Bis zum nächsten Mal.